Willkommen zu meinem aktuellen CSGO-Podcast. Heute geht es um das Thema Glück in CSGO. Wie viel Glück ist da wirklich enthalten in den einzelnen Situationen? Und könnte man sagen, dass man ohne Glück aufgeschmissen ist? Reicht reine Skill, um jede Situation klären zu können? Oder ist immer so ein bisschen Glück mit im Spiel? Wenn dir diese Podcasts gefallen, kannst du hier oben rechts in der Bildschirmecke auf das I drücken oder mit deinem Finger drauf tippen. Dort ist die Playlist verlinkt. Das heißt, da kannst du dann einfach das nächste Thema raussuchen, das dir am ehesten zusagt, beziehungsweise einfach alles anschauen, so wie du eben Zeit und Lust hast. Lasst uns beginnen. Counter-Strike ist bereits seit 1.6 an Source-Zeiten ein Spiel, von dem man behauptet oder von dem behauptet wird, dass es sehr einsteigerunfreundlich ist, weil es sehr, sehr viele gute Spiele enthält und man zum Beispiel zu Source-Zeiten hauptsächlich auf Public-Servern gespielt hat, um sich eben mit diesem Spiel auseinanderzusetzen, um sich einzuspielen und so weiter und so fort. Man konnte also sehr schnell in der Theorie, in der ersten Runde, in der man das Spiel spielt, bereits auf High-Skilled-Spieler treffen. Dadurch und zum Beispiel auch wegen der Anbindung an den E-Sports und vielen, vielen anderen Fakten ist für viele Counter-Strike das Skillspiel schlechthin. Zur gleichen Zeit bzw. Hand in Hand gehen aber auch mit der Bezeichnung Skill die Bezeichnung Lacker oder auch Time-Lacker mit ein. Diese Bezeichnung gibt es auch schon immer und sie gehören auch grundsätzlich dazu. Jeder kennt es. Ah, dieser verschissene Time-Lacker hat mich noch geholt, Glück gehabt und hin und her und hättest du nicht so viel Glück gehabt, dann hätte ich dich geklatscht. Aber wie viel ist da wirklich dran an diesen Ausdrücken? Ah, Glück gehabt oder eben Luck-Boys, GG und so weiter und so fort. In erster Linie sollten wir erstmal klären, was überhaupt Luck im Spiel heißen kann, um das festzustellen, wie viel Einfluss es überhaupt auf uns hat. Für manche Leute, gerade die, die extrem an den Skill glauben, in Anführungsstrichchen, hat Luck nicht allzu viel mit CSGO zu tun. Luck ist für solche Leute dann der Moment, wenn man aus der totalen Unwissenheit über den aktuellen Spielverlauf, also weil man einfach zum Beispiel auf seinem Spot Hektik hatte, beziehungsweise man als Tee halt beim Rush irgendwie Hektik hatte und zu einem Punkt kommt, wo man selbst sich irgendwo auf der Map befindet und trotz der Ansagen der Mates nicht mehr genau sagen kann, beziehungsweise gar nicht mehr sagen kann, von wo der Feind kommt, dann spielt Luck eine große Rolle. Also wenn man davon ausgeht, dass alle schleichen, man kann also nichts hören, man kann von nichts ausgehen, man kann nur raten, beziehungsweise man kann vermuten, aber nicht mit Sicherheit sagen. Das sind die Momente, in denen, ich glaube für jeden Menschen, Luck eine sehr große Rolle spielt. In dem Moment, wo man keinen Einfluss hat, zumindest auf das Aufeinandertreffen mit dem Gegner. Man weiß nicht, kommt er hinter mir, kommt er vor mir, wie kommt er gleich angeschlappt? Oder wie man selbst auf den Gegner trifft. Erwischt man ihn vielleicht gerade mit runtergelassener Hose beim Smoke schmeißen oder so? So eine Situation ist für sicherlich jeden eine Glückssache. Auch für einen Highskill-Spieler ist es eine Sache des Glücks, wer zuerst auf wen trifft. Wie die Situation ausgeht, ist wiederum nicht zwingend eine Glückssache. Das will ich damit auch gar nicht sagen. Ich will den Skill nicht irgendwie verschwinden lassen. Denn, und das ist das Allerallerwichtigste, das Glück oder Pech verhilft dir oder deinem Gegner zu einem Vorteil, beziehungsweise zumindest zu einer Chance. Und man braucht Skill, um diese Chance zu nutzen. Wenn man den Skill nicht hat, da sind wir uns sicherlich auch alle einig. Das sind diese typischen Situationen, in denen du zum Beispiel jemanden von hinten anschießt. Du hast den Vorteil des Grauens, weil er läuft gerade von dir weg. Du schießt ihm in den Rücken, bist noch recht close, also kannst du eigentlich easy ummachen. Aber es gelingt dir nicht. Du verschokst, du bist irgendwie zu hektisch, wie auch immer. Man gibt ihm nur 89 Damage, er dreht sich um und drückt einem dann den Headshot rein. Vielleicht aus Glück, vielleicht aus Skill. Aber, worauf ich hinaus will, der eigene Skill hat dann für diese Chance nicht gereicht. Beziehungsweise man hat die Chance nicht skillvoll genutzt. Man hat sie einfach vorbeiziehen lassen. So viel zu diesen Obvious-Situationen, in denen, ich denke, da gibt es überhaupt keine Gegenstimmen. Jeder sagen würde, das ist eine glückabhängige Sache. Wie tief geht das Glück aber weiter in das Spiel hinein? Was heißt überhaupt Glück für mich in dem Spiel? Also was kann Glück sein? Beziehungsweise was kann mein Pech sein? Da wir alle Menschen sind und das Spiel mit vier anderen Spielen, also im normalen Matchmaking, kann es passieren, dass jemand anderes einen Fehler macht, der dich beeinflusst. Also nehmen wir dieses ganz einfache Beispiel. Du bist der AWP-Spieler auf Mirage bei City. Du hast auch einen recht guten Spawn, da steht nur noch ein Mate ein Stück vor dir. Das heißt, du hast also sehr gute Chancen, dass du rechtzeitig, wenn du ankommst, um eben dem ersten T, der dann um die Ecke kommt, schön den Headshot zu geben mit deiner AWP oder was auch immer. Jetzt macht dein Mate aber einen Fehler oder ist kurz AFK aus irgendeinem anderen Grund, den du nicht beeinflussen kannst, weil er gerade eine Katze an den Kopf geworfen bekommt und schon bist du eine halbe bis ganze Sekunde zu spät im Window. Das heißt, du kommst gerade an und läufst somit ins Fadenkreuz des eine Trillisekunde davor angekommenen Tees und der klatscht dich weg. Normalerweise, wenn alles nach deinem Plan verlaufen wäre, hättest du ihn geklatscht, höchst wahrscheinlich, wenn dein Skill dazu gereicht hätte. Aber du hattest am Spawn Pech beziehungsweise bist durch einen Fehler verlangsamt worden Gegner, also der Terrorist hingegen, hat Glück gehabt, dass du noch nicht da warst, weil er höchstwahrscheinlich die Schelle gefressen hätte und gestorben wäre. Das ist ihm aber in dem Fall gar nicht bewusst. Also das ist auch ganz normal, man weiß ja oft gar nicht, dass man Glück gehabt hat. Durch dieses Beispiel erlangt man bereits Wissen und auch eine Vorahnung jetzt zu diesem Podcast, dass Glück wahrscheinlich doch eine gar nicht mal so kleine Rolle in Counter-Strike selbst spielt. Manch einer sagt jetzt, ja gut, in dem Fall war jetzt vielleicht der Mate halt schuld, dass ich da rumgeblockt wurde, aber wenn ich an sich auf mich gestellt bin, dann ist dieser Faktor Mate ja nicht mehr vorhanden. Das mag sein, ich will hiermit auch nicht sagen, dass es grundsätzlich an den Mates liegt, wie euer Spiel verläuft. Was ich aber auf jeden Fall damit andeuten wollte, ist, dass ihr mit und gegen andere Menschen spielt. Das heißt, egal wie sehr ihr eine Situation analysiert, völlig wurscht, wie sehr ihr einen Gegner oder ein Gegnerteam analysiert, das sind Menschen und das heißt, sie können sich einfach umentscheiden, mitten in der Runde. Das sind dann diese Momente, in denen man sich sagt, so wir stellen uns jetzt auf jeden Fall so und so auf. Das wird der Hammer, die zerklatschen wir direkt, das wird easy. Guckt mal, wie die die letzten 30.000 Runden gespielt haben, das passt schon. Und genau dann spielen die Gegner komplett anders. Einige Weichbieren werden jetzt vielleicht sogar dann von Cheats labern von wegen, was, wir haben Big Stack und die gehen ah, die wissen das? Das wollen wir jetzt hier ganz außen vor lassen. Dazu gibt es einen eigenen Podcast, ja, ihr wisst Bescheid oben auf das i drücken, die Playlist auswählen, in der Playlist das Video Cheater callen ist gleich Behinderung auswählen und Spaß haben. Ich streame übrigens dreimal die Woche, die Livestream-Zeiten sowie der Link zum Stream stehen in der Videobeschreibung. Dankeschön. So was kann und wird immer wieder passieren in CSGO. Man glaubt zu wissen, wie der Hase läuft, man ist ein extrem guter Spieler, aber man spielt nur mal gegen andere Menschen. Das heißt, die anderen Menschen oder dieser Mensch, gegen den man dann am Schluss spielt, kann alles machen. Ihr wisst, dass ich jemand bin, der zum Beispiel in Wingman spielen sehr gerne outplayt. Also, wenn ich die Bombe auf Inferno gekillt habe, also den Bombencarrier, dann gehe ich meistens komplett wahnsinnige Wege und bin so sehr oft sehr erfolgreich, weil der letzte Team mich einfach nicht erwartet. von da, wo ich dann komme. Aber sowas wurde auch schon oft gekontert. Ich komme auf meinem Irrweg auf einmal an ihm vorbei und er killt mich. Und ich rechne keine Sekunde damit, dass er da irgendwo rumsteht am T-Spawn, in einem Moment, wo er überhaupt nicht dort stehen sollte, weil die Bombe sonst wo down ist. Das heißt dann für mich in dem Fall, dass ich großes Pech habe, dass meine Taktik einfach so gekontert wird von jemandem, der mich nicht kennt. Also, ich spiele dann diesen Spielzug das erste Mal in diesem Spiel und er ist zufällig genau perfekt stehend, um ihn zu kontern. Obwohl er gar nicht wissen kann, von wo ich komme, weil ich schleiche. Ich hätte auch auf dem Spot hocken können, ich hätte auch in Pit reingehen können, ich hätte überall sein können, in Library hätte ich hocken können, aber nein. Er entscheidet sich in dieser Situation, in der es vielleicht zehn Entscheidungen gibt, für diese eine Entscheidung, in der er mich ficken kann. Sowas ist dann auf jeden Fall schon sehr bitter. Ich habe auch gerade gestern oder vor, nee gestern, beim Schneiden des letzten Wingman-Videos, das online ging, da musste ich auch wieder schmunzeln, weil ich an einer Stelle jemanden, also den Gegner als Lacker beschimpft habe, der mich da weggeholt hat. Und an sich sah die Situation gar nicht zwingt nach Luck aus. Das Luck hat sich nur in meinem Kopf aufgebaut, aus folgendem Grund, das war ja auf Lake, dieses Wingman-Spiel. Wir haben auf T gespielt und die Gegner auf CT und wir haben erstmal ein paar Runden geholt, Lirum Larum und dann kommt folgende Situation. Wallen und ich haben einen Full-Buy und wir gehen wie immer aufs Haus zu, ich möchte mit ihm unten reingehen, beziehungsweise er ist unten durch die Tür reingegangen und ich dachte mir, ich gehe am Bootshaus entlang. Das war gerade als wir eine Sekunde vom Spawn weggelaufen sind, war dieser Plan schon festgestanden. Und dann, aus welchem Grund auch immer, dachte mir, nee, ich gehe einfach den Stein hoch. Ich weiß nicht warum, in mir hat es geschrieben, mach das bloß nicht, die haben bestimmt eine AWP, lass es lieber. Aber zugleich dachte ich, der wird mich schon nicht kriegen. Nun ja, was passiert, ich gehe den Stein hoch, springe, komme auf dieser Veranda auf und kriege sofort den AWP-Shot und bin tot. Und er regt mich dann ultramäßig auf. Dieser Kerl hat einfach das große Glück, dass ich mich falsch entschieden habe. Er hat dieses Glück genutzt mit seinem Skill und mich gekillt. Aber hätte ich mich anders entschieden, also er dieses Glück nicht gehabt, mich zu sehen, dann hätte ihm sein Skill auch nichts gebracht, weil ich nicht da gewesen wäre, um gekillt zu werden. Das war jetzt bereits ein Beispiel, das sehr, sehr fein gestrickt ist. Also, das wirklich auf den Einzelnen ankommt und auf dessen Denkprozesse. Natürlich gibt es auch diese groben Dinge von Time-Luck oder eben Luck. Du hebst jetzt gerade eine Waffe auf und dann kommt der Gegner. Du aimst 30 Jahre eine Korne ab, die ganze Zeit. Dann entscheidest du dich ganz, ganz kurz, um zu fokussen, weil es noch eine andere Ecke gibt, die offen ist. Es kann keiner von hinten kommen, es kann nur einer von links oder von rechts kommen. Du aimst um und in der Sekunde kommt er, als hätte er es gerochen. Wenn man sich denkt, oh mein Gott, warum muss gerade das jetzt passieren? Und das gibt es auf allen Elos, in allen möglichen Bereichen, im Profibereich, in Silber-Elos. Überall kann das passieren. Einen ganz wichtigen Punkt darf man bei der Sache aber nicht vergessen und zwar kann man sich Timing antrainieren. Das will ich ja nicht unter den Teppich kehren oder wegfallen lassen. Timing ist antrainierbar. Anfänger haben meist ein sehr schlechtes Timing, Profis haben ein sehr gutes Timing. Das schützt einen zwar nicht grundsätzlich vor Luck und Unluck, aber es kann Fälle eingrenzen, weniger schlimm machen oder wegfallen lassen. Typischer Anfänger-Timing-Fail ist zum Beispiel das Nachladen. Die Leute gehen in eine Situation rein, die ungeklärt ist. Sie wissen nicht, ob und wo da Feinde sind und laden dann in dem Moment nach. Das ist für sie ein sehr dummer Fehler und für den Gegner Glück, dass du gerade nachlädst und er dich dann fisten kann. Dieses skillspezifische Timing kann aber auch fatal sein, wenn man jetzt zum Beispiel als Profi auch von einem Anfänger weggelackt werden kann, weil er sich komplett Banane verhält. Also er spielt Spielzüge, die niemand machen würde. Eigentlich. Aber dieser jemand macht das. Das ist dieses typische Nicht-Lesen-Können, der Low-Aloes und umgekehrt, es ist eigentlich egal, wer wen nicht lesen kann. Aber derjenige, der dann eben in dem Moment diesen Vorteil hat, weil er total wirrwarr zusammen spielt, hat eben dann den Vorteil. Ich denke, da können einige ein Lied von singen und das ist eben auch auf dieses Timing und auf diese Denkweise der Leute bezogen. Sie machen in Momenten Dinge, die man nie machen würde und dadurch gewinnen sie dann, weil einem das überhaupt nicht als Option im eigenen Kopf erscheint. Bevor ich jetzt den letzten großen Punkt bringe, will ich hier an der Stelle nochmal erwähnen, ich will mit keinem Wort sagen, dass es kein Skill gibt oder dass Glück viel wichtiger ist als Skill, dass zum Beispiel eben Profispieler einfach nur sehr viel Glück haben und schlechte Spieler kein Glück haben. Das will ich hiermit mit keinem Wort sagen. Ich will euch nur sagen, dass Glück immer mit vorhanden ist und das ist auch mein letzter Punkt. Glück und Unglück ist zu einem gewissen Teil, auch wenn er verschwindend klein ist, immer in jedem Shot und in jeder Begegnung mit enthalten. Das ist für viele sicherlich schwer zu verstehen beziehungsweise schwer sich einzugestehen, weil viele Leute sehr viel auf ihren Skill, auf ihren Rank oder wie auch immer geben, vielleicht sogar eingebildet sind, wie manch einer sagen würde oder eben einfach sehr viel auf sich halten und für die ist sowas ja eine Art Angriff, so von wegen du bist gar nicht so gut. Das will ich nicht sagen. Eure Kills, ich hab's vorhin schon erwähnt, ich erwähne's nochmal, macht ihr durch den Skill. Aber die Chance für den Kill kann durch Glück kommen, kann auch erarbeitet sein, durch Brainplay und so weiter und so fort, aber sie kann und wird höchstwahrscheinlich sehr, sehr oft durch Glück, durch Kausalitätsketten kommen, die euch zugutekommen. Ich will jetzt nicht in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und so weiter abdriften. Ich will euch nur sagen, dass das Spiel aus ganz, ganz vielen Ereignissen zusammengesetzt wird und sich Ereignis mit Ereignis mit Ereignis koppelt und sich daraus am Schluss die Situation ergibt, in der ihr seid. Wenn irgendwas anders gelaufen wäre, würde der Feind zum Beispiel nicht dort auftauchen, wo er ihn erwartet. Wenn irgendwas passiert wäre, dann wärt ihr vielleicht nicht dort, wo ihr gerade steht, sondern steht drei Meter nebendran, seid noch nicht angekommen, weil ihr geblockt worden seid und so weiter und so fort. Im Endeffekt gibt es dann immer einen, der einen Vorteil hat gegenüber dem anderen, also bei einer Begegnung. Der Vorteil muss nicht groß sein, aber es gibt einen, der ihn hat. Wenn man das Ganze jetzt runterbricht und zwar auf das Wichtigste, letztendlich den Firefight beziehungsweise dann den Kill, da kommt es zu der Sache, die mich überhaupt dazu bewegt hat, dieses Video zu machen und zwar merken Leute, ihr Glück nicht. Ihr kennt das aus meinen Videos, ihr kennt das aus meinen Livestreams. Diverse Male sage ich, nachdem ich jemanden gekillt habe, um Gottes Willen habe ich gerade Glück gehabt und das ist dann nicht irgendwie so, dass ich jemandem von hinten in den Arsch schieße oder dass ich ihn unglücklich erwische, sondern dass wir einen 50-50-Firefight haben und ich ihn gewinne. Wir fangen beide an zu schießen, der Gegner schießt mich auf 6 HP runter und trifft mich auf einmal nicht mehr, weil er verschockt, weil er rumzappelt, vielleicht, weil er sich bewegt, vielleicht, weil ich mich bewege. Aus irgendeinem dieser Gründe trifft er mich nicht mehr und ich kann dir letztendlich einen Headshot dann setzen beziehungsweise mein Spray geht bei ihm in den Kopf rein oder in den Körper und er fällt um. In so einem Moment sind sehr viele dann überzeugt von sich und sagen, wow, hab ich den weggeholt und sowas ist einfach Schmarrn. Man hat Glück gehabt, dass man nicht gekillt wurde und man selbst dann den Kill umsetzen konnte. Stellt euch vor, er hätte euch einfach instant geheadshotet. Dann wäre es schon vorbei gewesen. Aber man hat das Glück geschenkt bekommen, man hat die Chance geschenkt bekommen, noch zu kontern und hat dann den Konter mit Skill durchgezogen. Es ist nicht so, dass mich das irgendwie abfuckt oder stört, wenn andere ihr Glück nicht feststellen, sondern denken, sie wären ultra der skillful Boy und wären am Ausrasten hin und her. Ich möchte hier nur zum Denken anregen. Ich will auch niemanden kränken oder sowas, von wegen, äh, 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 denkt einfach nach und vor allem, schaut besser auf euer Play, weil dann, wenn ihr feststellt, dass es eher Glück war, dass ihr gewonnen habt, könnt ihr euch auch verbessern. Keiner, der denkt, er wäre extrem gut, verbessert sich großartig, sondern nur derjenige, der weiß, shit, das war eigentlich nur Glück, das ich gerade gewonnen habe, beziehungsweise, es war sehr viel Glück mit im Spiel, ich muss das noch besser machen. Der Gegner wird daraus auch einiges lernen, vor allem, wenn ihr oder, wenn du selbst dieser Gegner bist, also, wenn du jemand bist, der auf jemanden schießt und eigentlich einen Vorteil hast und ihn aber nicht killen kannst. Dann wirst du zwar im ersten Moment zu Recht sagen, ah, dieser Kacklacke hat mich noch geholt, obwohl ich ihn eigentlich zuerst angeschossen hatte, aber im Nachhinein wird man einsehen, dass man sein Aiming vielleicht verbessern sollte, damit man dem Gegner nicht das Glück, also die Chance gibt, überhaupt noch zu kontern. Das ist das Wichtige. Reflektiert, nachdenken, was habt ihr gemacht, was hätte man besser machen können, wo habe ich dem Gegner eine Chance, also in seinem Fall Glück geschenkt, um mich zu holen, so wie in meinem Fall dieser blöde AWP-Spieler. Das heißt für mich ganz klar auf Lake, also in meinem Lake-Beispiel, wenn ich mitzähle und weiß, wann die Gegner ungefähr eine AWP haben, dann mache ich diesen behinderten Move nicht mehr, dass ich einfach hoch auf Balcony gehe, sondern aime ihn ab beziehungsweise gehe einfach unten lang oder versuche es einfach wieder und hoffe darauf, dass der Gegner Unglück hat und mich nicht trifft. Egal wie skillvoll du bist, jeder schießt mal daneben und das ist Glück für den Gegner. Gerade wenn er mit einer AWP getroffen worden wäre, ist es ein Riesenglück, dass er dann immer noch lebt und vielleicht sogar den AWP-Schützen killen kann. Denkt einfach nicht jedes Mal, dass ihr der krasseste Boy oder das krasseste Girl in dem Spiel werdet, sondern überlegt ganz genau, warum ihr jetzt eben gewonnen habt. Liegt es an eurem Skill oder liegt es eher an der Chance, die ihr ganz gut genutzt habt? Und falls ihr feststellt, dass ihr nur sehr, sehr oft Chancen nutzt und euch keine erarbeitet, dann solltet ihr auf jeden Fall überlegen, was ihr besser machen könnt. Seid ganz ehrlich mit euch. Wenn sehr oft solche Momente kommen, mit denen ihr sagt, um Gottes Willen, habe ich der Glück gehabt, dann analysiert diese Momente ganz genau. Schaut, was ihr hättet besser machen können, damit ihr bereits im Vorfeld gewusst hättet, zum Beispiel, wo der Gegner steht oder ihn viel früher gekillt hättet. Es gibt diese ultradummen Momente, in denen man eine Nate schmeißen möchte, in einen Rush rein. Aber man schmeißt sie eine halbe Sekunde zu spät und in dem Moment, wo die Nate wegfliegt und ihr dann langsam wieder diese Waffenanimation habt, kommen dann alle Feinde angerannt. Ja. Und ihr schreit danach, verdammte Lacker, ich war noch nicht so weit. In der Situation ist es vollkommen richtig. Hättet ihr euch besser entschieden, hättet ihr das bereits schon auf dem Kasten, dieses Wissen, hättet ihr ein besseres Timing gehabt, erspielt durch Erfahrung. Also ihr wisst, dass ihr vielleicht etwas früher werfen solltet oder wenn ihr diese und jene Steps hört, gar nichts mehr werfen solltet, weil sie schon so close sind, dann hätten die Gegner wahrscheinlich die krasseste Neg-Effection ihres Lebens gesehen und ihr hättet die ganzen Rush umgemäht. Aber die Gegner hatten Glück, ihr wart noch nicht so weit, ihr habt vielleicht noch nicht diesen Skill, dieses Wissen und so weiter und so fort oder habt schlicht und ergreifend einfach für diese eine Situation dumm und falsch entschieden und schon sind sie nicht alle tot, sondern überleben, killen euch und holen die Runde. Wenn euch sowas öfter passiert, dann wisst ihr schon, woran es liegt und zwar fehlt euch einfach die Erfahrung. Ihr gebt den Leuten dadurch viel zu viele Chancen, euch zu killen bzw. die Runde zu holen, weil euch zum Beispiel diese Spielerfahrung fehlt, wann werfe ich was und wann sollte ich lieber einfach nur up-aimen. Merkt euch solche Dinge und arbeitet sie einfach auf, denn es gibt noch genug Timelack-Dinge, die auch in Zukunft auf euch treffen werden. Da müssen es dann nicht solche Sachen sein, an denen ihr wirklich direkt was ändern könnt. Zu guter Letzt nun wie immer die Frage, wie seht ihr das Ganze? Denkt ihr darüber ähnlich oder sagt ihr Glück, was laberst du, das ist reiner Skill, was ich da mache, ich habe noch nie Glück gehabt, ich habe schon immer alles Mögliche weggeskillt, was geht. Das Ganze interessiert mich natürlich wie immer brennend und ich antworte auf jeden einzelnen Kommentar. Habt aber bitte ein wenig Geduld, wir wachsen immer weiter und es sind jetzt so viele Kommentare mittlerweile, dass ich nicht mehr alle schaffe an einem Tag und darum verschieben sich manche Antworten dann um ein, zwei oder drei Tage, aber es gibt dann wiederum auch Tage, an denen ich einfach durchhustle und dann einfach mal stundenlang nur Kommentare kommentiere und dann komme ich auch wieder auf den aktuellen Stand. Ach ja, und das wäre sehr nice, wenn du jetzt gerade, jetzt wo du das hörst, vor deinen möglicherweise schon geschriebenen Kommentar einen Doppelpunkt schreibst, damit ich weiß, dass du bis zum Ende geschaut hast und ich mit jemandem diskutiere beziehungsweise beschreibe, der sich wirklich alles angeschaut hat. Es gibt Leute, die gucken kurz rein und schreiben mir irgendeinen Scheiß und da muss ich alles wiederholen, was ich schon gesagt habe und darum werde ich dann nur bei Kommentaren, die einen Doppelpunkt haben, wirklich richtig tief und fest auf Dinge eingehen. Wenn da irgend so ein Querulant kommt, der noch nicht mal das Video ganz gesehen hat, dann weigere ich mich natürlich, ich hoffe, das ist einzusehen, mit ihm zu diskutieren, weil ich genau weiß, er hat das Video ja gar nicht ganz gesehen und meine Argumente somit nicht in ihrer vollen Gänze mitbekommen. Und mit so Leuten will ich dann einfach nicht diskutieren, weil ich mich dann ständig wiederholen muss. Ich muss alles, ich muss da jedes Mal sagen, es ist wie im Video gesagt, es ist wie im Video gesagt, hast du nicht zu, und sowas, das, na. Mittlerweile sind es so viele Kommentare, dass ich da auf jeden Fall sortiere. Natürlich antworte ich darauf dennoch, aber ich schreibe dann halt nur noch sowas wie, schau dir das Video bitte ganz an. Ich erwähne hier an der Stelle nochmal die Playlist, die oben auf dem i verlinkt ist und jetzt sollte sie eigentlich auch hier mit dem Bildschirm zu sehen sein. Klickt einfach drauf und dann kommt ihr zu allen anderen Podcasts. Des Weiteren ist dann noch der letzte Podcast verlinkt und noch irgendein Random Video. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es dir gefallen hat, dann kannst du mir das gerne auf irgendeine Art und Weise zeigen. Kommentar, Daumen, beides, wie auch immer. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.